Guten Morgen miteinander. Ich war heute wieder richtig fleißig. Ich war heute früh schon im Fitness eine Runde und im Pool eine Runde schwimmen. Ich laufe jetzt gerade durch die Straßen und suche nach irgendetwas zum Essen. Und sonst weiß ich noch gar nicht, was ich heute machen werde. Vielleicht gehe ich heute mal auf einen Nachtmarkt oder eben in einen Shoppingcenter nochmal und ein paar Sachen kaufen. Bis zum nächsten Mal. Inzwischen habe ich noch mein Zimmer etwas aufgeräumt und schon mal die erste Ladung Wäsche gewaschen und werde mich jetzt aufmachen ins Terminal 21 Shoppingcenter. Hit me like a ton of bricks Doesn't matter weak or strong Take your time and do your tricks All I do is sing along Yeah I need you to run For brighter light and firmer ground When you believe in me Blood is gonna set me free Ich bin jetzt inzwischen im Terminal 21 Shoppingcenter und das Coole ist, das Ganze ist aufgebaut wie ein Flughafen. Und jede Etage ist ein anderes Land bzw. eine andere Stadt. Das heißt, man kommt sich auch so vor, als würde man wirklich verreisen. Ich finde, das Ganze ist mal eine coole Idee und mal eine Abwechslung zu den ganzen Shoppingcenter, die in der Regel doch alle gleich sind. Ich bin jetzt inzwischen Musik Wir sind wieder abends in Bangkok. Die Zeit vergeht hier echt rasend schnell. Wir waren vorhin noch was essen und haben uns dann spontan entschieden, heute nochmal feiern zu gehen auf die Kaosan Road. Von daher werde ich das Video jetzt auch an dieser Stelle wieder beenden. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Musik 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 Musik